Also, erstmal herzlich willkommen hier auf der GPN. Ihr hört jetzt von mir the dark side of the Wi-Fi. Ich bin der Hendrik, ich bin 23 Jahre alt, studiere Elektrotechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Das sind die da, mit diesem schönen Logo. Ich mache dort nebenbei noch das WLAN-Netzwerk, verwalte dort ungefähr 1700 WLAN-Access-Points und in meiner Freizeit lese ich diese schönen großen Haufen Papier. Und weil ich diese schönen großen Haufen Papier so sehr mag, hört ihr jetzt ein bisschen WLAN von mir. Es geht einmal darum, warum 11-AC oder IEEE 8211-AC nicht genug ist und was ihr da jetzt noch zu erwarten habt und was da jetzt noch kommt und warum es jetzt mit 11-AX dann besser wird. Inhaltlich will ich jetzt erstmal anfangen mit den aktuellen Problematiken. Warum brauchen wir überhaupt einen neuen Standard? Was sind die Problematiken beim jetzigen Standard? Dann ein paar Ansätze, wo ist die aktuelle Forschung gerade? Also aktuell in Anführungszeichen. Alles, was nach AC gekommen ist, sozusagen, ist aktuelle Forschung in diesem Zusammenhang. Dann gehe ich da ein bisschen mehr auf einen sogenannten DSC-Algorithmus ein. Dynamic Sensitivity Control Algorithm. Da komme ich, erkläre ich später natürlich. Ein bisschen zur Kollisionsverhinderung. Was ist genau das Problem mit dem in der Luft? Wieso ist es langsam? Und dann natürlich der Draft 1.0 des IXT Standards. Und da gibt es auch sehr, sehr viele schöne Themen, die sehr viel Spaß machen. Zu den aktuellen Problematiken gehört einiges. Das Hauptproblem, was wir primär in unseren Netzwerken sehen, sind Broadcast- und Multicast-Probleme. Das entsteht meistens einfach durch zu viele Clients. Die hängen alle im Netz und wollen alle irgendwie was senden. Und optimalerweise hängen die alle im gleichen V-Laden. Es gibt Ansätze, dass man das natürlich aufteilt. Aber das bringt einem recht wenig. Das ist eigentlich eher ein höherer Administrationsaufwand. Und auch technisch ist das viel schwieriger zu realisieren. Und deswegen schmeißt man alles in einen V-Laden. Und alle sind glücklich, aber alle machen halt eben auch Broadcast und Multicast. Und das kann sich dann aufsummieren. Viele SSIDs helfen auch nochmal weiter mit, weil jede SSID muss natürlich auch irgendwie sagen, so hey, ich bin da. Dann haben wir noch das Problem, was ich ja schon mal vor einem Jahr erwähnt hatte, dass Broadcast und Multicast immer mit der langsamsten Datenrate, die möglich ist, gesendet werden. Weil irgendwie müssen es ja alle, die im Netzwerk sind, mitkriegen. Und da kann man natürlich auch nicht sagen, so wir können jetzt ein bisschen schneller gehen, weil man muss immer irgendwie erwarten, dass da Clients sind, die das irgendwie alle mitbekommen wollen. Und das sind die ganzen schönen Dienste, die uns irgendwie das Leben schwer machen und die da irgendwie mit reinspielen. Avahi, Airprint, Multicast, EMS, ARP und sowas. Also das ist ja immer so der beliebteste Ansatz, um irgendwelche Netzwerke langsam zu machen. Einfach mal ein bisschen ARP-Storm machen. Und das hilft immer ungemein, dass da nichts mehr geht. Insgesamt auch noch 11b. Langsamste Datenrate mit 11b ist ein Mbit. Und wenn wir mit einem Mbit noch irgendwie die Datenrate im WLAN haben, senden die natürlich auch die ganze Zeit mit ein Mbit. Und das hat einfach gigantische negative Auswirkungen auf den Datendurchsatz. Und wie starke Auswirkungen auf den Datendurchsatz das hat, weil das hat natürlich auch zur Folge, dass wir weniger Sendezeit haben, die wir zur Verfügung haben, weil es braucht ja länger, um die ganzen Pakete zu senden, sieht man in diesen wunderschönen bunten Linien. Das stellt einfach nur dar, mit welchem WLAN-Standard sozusagen und welcher Übertragungsgeschwindigkeit die Daten geschickt werden. Und ihr seht, wenn wir dauerhaft nur Pakete senden mit 1 Mbit und 11b, dann sind wir schon bei knapp 1000 Paketen pro Sekunde am oberen Limit unserer verfügbaren Sendezeit. Und das Ganze trotzdem noch bei einem durchschnittlichen Contention-Window von 50. Das Contention-Window erkläre ich später nochmal. Aber um das vorwegzunehmen, das ist eine recht hohe Zahl, die 50. So, und wenn man sich das Ganze jetzt in der Praxis anguckt, weil irgendwelche Linien sind nicht immer so ganz realitätsnah, vor allem Pakete pro Sekunde sagt auch nicht so viel aus, habe ich mir einfach ein paar Werte aus der Praxis mitgebracht. Das sind echte Werte aus unserem WLAN an der Uni. Wir sehen wirklich 88% der Daten zum Client und auch ungefähr dann die 61% vom Client weg sind einfach Multicast. und das ist super ineffektiv. Wenn man das dann nochmal weiter guckt, eine kleine Aufschlüsselung von diesen ganzen Daten, mit welchen Datenraten der ganze Kram gesendet wurde. Und das ist doch nicht effektiv, das ist scheiße. Und jetzt, wenn man den ganzen Kram mal wegnimmt im Multicast, seht ihr diesen schönen kleinen Drop der blauen Linie. Ich betone klein. Und auf einmal ist das WLAN effektiv. Und das ist irgendwie schön. Das ist eines der Probleme, die wir aktuell haben. Und da muss noch einiges getan werden. Da gibt es leider aktuell keinen Ansatz, der das Ganze wegoptimiert. Da gibt es nur herstellerspezifische Implementationen. Ich appelliere da immer an die Hersteller, dass die sich dafür einsetzen, dass bei der IEEE es so weit geht, dass man endlich mal den ganzen Kram standardisiert. Aber die wollen das nicht unbedingt, weil sie halt eben sagen, wir haben unsere eigene proprietäre Implementation davon und wir wollen das jetzt nicht standardisieren, weil dann haben das ja auch andere und dann verlieren wir unseren Marktvorteil. Irgendwo verständlich. Allerdings irgendwo auch nicht, weil proprietäre Installationen finde ich persönlich kacke. Und das hilft einfach nicht weiter. Weil wenn man sich das genau anguckt, auch die Daten, die vom Client zum WLAN-Accesspoint geschickt werden, enthalten hier immer mehr Multicast als die Daten, die wir schicken, weil wir können hier nur eine Seite kontrollieren. Und wenn man das Ganze standardisieren würde, dann könnten wir von beiden Seiten hingehen und sagen, wir optimieren den Kram weg und sorgen dafür, dass alle beteiligten Geräte in einem WLAN-Netzwerk das Ganze optimieren. Anderes Problem sind die Zellgrößen. Der ganze Kram überlagert sich, einfach weil wir haben nicht immer in jedem Frequenzbrand genügend Kanäle. Es überlagert sich. Wir haben Sticky Clients. Die Clients haben Probleme, von einer Zelle in die andere zu wechseln. Wir haben teilweise ein schlechtes Signal-to-Noise-Ratio. Sprich, wir haben einfach viel zu viele Clients, die viel zu viele APs hören. Und irgendwie hört man alles noch und das überlagert sich alles. Und teilweise ist man nur noch auf einem Accesspoint, der viel zu weit weg ist, obwohl man einen dichteren dran hätte. Und dadurch entstehen Interferenzen. Und diese ganzen Interferenzen sorgen halt eben für so ein schlechtes Signal-to-Noise-Ratio, weil die Interferenzen einfach als Neues wahrgenommen werden. Code-Channel-Interference gibt es. Das nennt es einfach, wenn zwei Kanäle sich gegenseitig hören und gegenseitig stören. Zwei Accesspoints auf dem gleichen Kanal. Natürlich, wie soll das funktionieren? Natürlich stören die sich. Und das ist auch ein Problem, was jetzt irgendwie mal behoben werden sollte. Und die Hidden Exposed Node-Problematik. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Das ist ein bisschen schwierig darunter vorzustellen. Aber es gibt schöne Bilder im Internet. Das ist einmal die sogenannte Hidden-Node-Problematik. Wir haben in der Mitte, sagen wir mal, ein Accesspoint B. Und links A und C sind die Clients. Und wenn jetzt der Client A mit dem Accesspoint B kommunizieren möchte, dann sendet er. Allerdings, wie ihr an diesen schönen Kreisen seht, kann der Client A überhaupt nicht den Client C hören. Das heißt, A kann einfach anfangen zu senden, ohne auf C zu achten. Aber eigentlich müsst ihr ja auf C achten, weil die sind ja auf dem gleichen Kanal und mit dem gleichen Accesspoint verbunden. Und dadurch kann das halt eben passieren, dass A anfängt zu senden, obwohl C gerade eigentlich am senden ist, weil A C gar nicht hören kann. Und dadurch gibt es dann wieder Kollisionen, Überlagerungen. Und das ist natürlich auch irgendwie nichts, was man haben möchte, weil man muss dann die Daten nochmal aussenden. Und da muss man natürlich irgendwie auch mal ein bisschen dran drehen, dass das auch nicht mehr so einfach vorkommt. Das andere ist das sogenannte Exposed-Node-Problem. Wir haben einen Accesspoint R1 und einen Accesspoint R2 und die beiden Stations. Die beiden Stations können sich gegenseitig hören. Und wenn die beiden Accesspoints R1 und R2 auf dem gleichen Kanal sind, dann haben wir das Problem, das S2 senden möchte und S1 gerade sendet. Aber S1 sendet ja gar nicht zu dem Accesspoint von S2, sondern zu seinem eigenen Accesspoint. Und somit denkt dann S2, dass der Kanal belegt ist, obwohl S2 einfach senden könnte, weil der Accesspoint ja auch gerade sozusagen frei ist. Und das führt natürlich auch wieder zu Einbußen in der Airtime, wenn wir einfach, wenn die Clients einfach zu viele Accesspoints sehen beziehungsweise die Accesspoints irgendwelche Clients führen können von anderen Zellen und es da Überlagerungen gibt. Auch da gibt es aktuell jetzt schönere Ansätze, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Bisher können wir es optimieren durch Sektorantennen, natürlich immer verbunden mit zusätzlichen Kosten und wir müssen auch irgendwie immer passende Modelle finden. Da sitzt man schon mal irgendwie ein paar Tage dran und wälzt sich durch irgendwelche Antennenpatterns, bis man da was Passendes gefunden hat. Und die Art der Installationsform ist natürlich auch immer wieder schwierig. Macht man das an der Seite, macht man es über den Leuten, klebt man die Accesspoints unter die Sitze oder was man sonst noch so machen kann. Und da zählt unter anderem eine Modifikation des CST dazu. Der CST ist der Carrier Sense Threshold. Das ist genau das Level, ab dem ein WLAN-Gerät sagt, okay, der Kanal ist frei. Wenn eine gewisse Schwelle an Signalstärke überschritten wird, dann sagt das Gerät, okay, der Kanal ist belegt, ich darf nicht senden, weil da sendet ja gerade jemand anderes. Wie das in der Praxis aussieht, kann man da so sehen. Das ist bei uns ein Hörsaal. Wir haben das Ganze gelöst, indem wir einfach oben das blaue zwei Sektorantennen rangeklebt haben und hinten noch einen weiteren Accesspoint haben. Und damit kriegen wir das ganz gut hin, dass wir diese Zellen klein halten und auch die Überlappung und die Problematiken, die ich eben angesprochen habe, in einem gewissen Rahmen halten. Das reicht allerdings alles noch nicht. Und da kommt jetzt die Forschung ins Spiel. Die aktuelle Forschung beschäftigt sich da auf sehr, sehr vielen Gebieten. Es gibt da massenhaft Paper, die man von der IEEE lesen kann. Leider nicht immer alle zugänglich. Ich empfehle, wenn ihr euch da irgendwie was raussuchen wollt, Google Scholar. Da kann man einfach irgendwie zu einem Begriff was reinschmeißen. Das ist wie Google, nur es liefert keine Webseiten, sondern Paper zurück. Und das Coole ist, es liefert einmal die Originalquelle von Paper zurück und an einer anderen Stelle auch noch irgendwie so irgendeine andere Quelle, wo ihr es halt so gratis runterladen könnt. Dann müsst ihr nicht irgendwie das Paper für 20 Euro von der IEEE kaufen. So. Und um gleich auf eine aktuelle Forschung einzugehen, machen wir einen kleinen Exkurs. CSMACA. Kurze Frage in die Runde. Wer hat das schon mal gehört? Verdammt! Okay. Das ist cool. Das sind viele. Ich erkläre es natürlich nochmal auch für die Leute, die zu Hause sitzen, weil deren Hände kann ich leider nicht sehen. CSMACA, Carrier Sense Multiple Assess with Collision Avoidance. Im Gegensatz zum LAN, die haben Collision Detection. Wir können es nur vermeiden. Das ist halt unser Zugriffsverfahren für das Medium Luft und wir machen Kollisionserkennung. Können Sie natürlich nicht vermeiden, aber da kann man natürlich auch irgendwelche anderen Ansätze fahren, aber das ist technisch sehr, sehr schwierig. Optional können wir RTS-CTS nutzen. Das Problem aktuell ist, dass RTS-CTS einen gewissen Overhead erzeugt. Wenn wir kleine Pakete haben, ist es einfach überhaupt nicht effizient, immer RTS-CTS zu benutzen, bevor wir kleine Pakete senden beziehungsweise empfangen, weil der RTS-CTS-Mechanismus einfach zu viel Zeit im Vergleich zum Nutzen der Übertragung der kleinen Pakete hat. Dann übertragen wir auch lieber das kleine Paket einfach so und wenn es einen Fehler gibt, übertragen wir es nochmal, weil es immer noch kürzer ist, als wenn wir einmal RTS-CTS benutzen. Das kann man optimieren, wird auch gemacht und CSMA-CH an sich, wenn man sich das mal anguckt, ist es begrenzt effektiv, aber bisher in den meisten Fällen noch ausreichend. So, wie funktioniert das? Als erstes horcht der Access Point rein, hört er irgendein Signal, hört er ein gültiges Signal, welches er dekodieren kann, was ein 802.11 Signal ist, dann gilt mindestens minus 82 dBm Signalstärke oder irgendeine andere Störung mit minus 62 dBm Signalstärke. Zweiteres ist genau das, die Signalstärke, die ihr erreichen wollt, wenn ihr WLAN jammen wollt. Wollt ihr natürlich nicht. Zweitens, wenn er dann sieht, okay, der Kanal ist frei, dann fängt er an, eine sogenannte Backoff-Zeit auszubürfeln. Also er wartet eine kurze Zeit, bis er anfängt zu senden und diese Zeit ist sozusagen zufällig. Durch diesen Zufall ist er natürlich auch irgendwie bedingt. Die Station wartet ein sogenanntes Arbitrary Interframe Space. Es gibt eine riesige Aufschlüsselung, welche Interframe Spaces es gibt in den Standards. Aber es wartet halt genau dieses einen speziellen Typ und dann hat er noch ein sogenanntes Contention Window. Das hatte ich ja vorhin erwähnt, dieses Contention Window von 50. Und dieses Contention Window wird dynamisch festgelegt und ausgewürfelt. Wenn er dann jetzt, wenn diese Zeit abgelaufen ist und er senden möchte, dann hört er permanent sowieso, dann sendet er einfach. Wenn seine Zeit abgelaufen ist, dann sendet er. Wenn er allerdings hört, während seine Zeit noch abläuft, dass jemand anderes sendet, pausiert er das Ganze einfach nur und sendet dann einfach und zählt dann sozusagen weiter, wenn der Kanal wieder frei ist. Dieses Contention Window kann sich bis 255 hochaddieren. Wenn wir nämlich Kollisionen haben und es Fehlübertragungen gibt, wird dieses Contention Window einfach immer verdoppelt oder je nach Implementierung anders vergrößert. Und das heißt, es kann bis zu 255 hochgehen. Das Problem ist, irgendwann timet dann auch unsere TCP-Verbindung mal aus. Ist natürlich auch irgendwie nicht so vorteilhaft, wenn dann einfach auch die Frame Error Rate steigt. Nach jeder erfolgreichen Übertragung, wie immer, ein Egg Frame kommt immer gut. Timeout der Egg Frames. Also es wird einfach gar keins gesendet, wenn wir eine parallele Übertragung haben, die sich gegenseitig stört. Entweder, weil sie gleichzeitig anfangen zu senden oder weil wir ein entsprechendes Hidden oder Exposed Node Problem haben. Und das wird dann beliebig immer weiter vergrößert. Das ist jetzt so einmal, wie das aussieht aktuell. Wir haben dieses AIFS. Das Schöne ist, das ist nicht mal genau spezifiziert, wie lange das sein muss. Das Einzige, was genau spezifiziert ist, ist das Short Interframe Space. Das sind so diese Slots, die ihr dort seht. Und je nachdem, was wir jetzt genau benutzen, was wir für Daten haben, die wir übertragen, ist das Ganze dynamisch. Wir haben das aufgeteilt in vier verschiedene Datenraten. Wir haben Voice, wir haben Video, wir haben Background und wir haben Best Effort. Und je nachdem, wie wir das haben, haben wir auch verschiedene Längen für die Slots. Und ihr seht, Voice und Video werden da irgendwie bevorzugt, weil das sind ja irgendwie kritischere Daten, das sind kürzere Pakete. Und die müssen natürlich irgendwie schneller übertragen werden. So. Und deswegen haben die halt eben einen gewissen Vorteil. Das war nicht von Anfang an so, das hat man dann irgendwann nachimplementiert, weil man gesagt hat, so ein bisschen Quality of Service können wir den Usern jetzt ja schon mal gönnen. Und dann kam halt genau das. Für die Leute, die gerne Zahlen lesen, habe ich diese Tabelle vorbereitet, das genau spezifiziert, wie lang welches Contention Window ist und wie viele Slots und SIFS ein Arbitrary Interframe Space lang ist. Und wenn mir das immer noch nicht reicht, hier sind die Zeiten dazu. Natürlich über alle WLAN-Standards verschieden, ist halt so, das ist so nur für die Leute von euch, die gerne irgendwie auf Zahlen schauen. So. Ansätze aus der Forschung. Da gibt es einige Lösungen. Erstmal, es gibt ein Vergleichsmodell, weil irgendwie muss man ja fest sagen, die Forscher sagen, wir haben einen neuen Algorithmus rausgefunden und wir wollen jetzt wissen, funktioniert der, ist er effektiv. Primär wird jetzt aktuell erstmal verglichen für den neuen AX-Standard mit 11n. Das klingt jetzt ein bisschen älter, aber 11n ist das einzige, was Dual-Band spezifiziert ist, sozusagen das neueste und daran vergleichen sie das. Das sind so die Daten eines Gebäudes, an dem jetzt die Effizienz des WLAN-Standards geprüft wird. Wer das nicht lesen möchte, hier ist ein Bild. Also die nehmen wirklich einfach ein Gebäude und sagen so, hey, wir machen jetzt einfach mal super viele Wohnungen rein und machen die Wohnungen super klein und hauen dann auch super viele Geräte in die Wohnung. Mal gucken, wie es funktioniert. Und das ist genau das, woran es dann gebenchmarkt wird. Das ist das Schöne, weil sie haben sich jetzt endlich mal was ausgedacht, wo es darum geht, dass es auch effizient wird, was im nächsten WLAN-Standard kommt. Und nicht einfach nur, wir wollen jetzt einen möglichst hohen Datendurchsatz haben, so wie jetzt 11n auf 11ac, so von 600 Mbit auf 7,9 Gigabit. Den Sprung haben wir mit 11ax nämlich nicht. Da geht es einfach darum, es möglichst effizient zu gestalten. Und genau auf der ganzen Basis von dem, was ich jetzt bisher erzählt habe mit den Problemen, kommt jetzt der sogenannte DSC-Algorithmus. Der DSC steht für Dynamic Sensitivity Control Algorithm und im Endeffekt ist es einfach nur ein Algorithmus, der den Carrier Sense Threshold in einer gewissen Weise reduziert. Sprich, man macht die APs mit Absicht taub. Beziehungsweise nicht nur die APs, sondern auch die Clients. Dadurch reduzieren wir die Zellgrößen und wir haben auch irgendwie Optionen auf RTS-CTS, weil man hat aus den ganzen Simulationen und Forschungen gemerkt, irgendwie ist das Ganze nicht so effektiv. Und deswegen hat man noch ein optionales RTS-CTS mit reingenommen und hat das auch weiterhin untersucht. Und, was auch noch ganz, ganz später, irgendwie, beziehungsweise später, eigentlich kam es früher, was auch noch irgendwann dazu kam, war das sogenannte BSS-Coloring, also Basic Service Set Coloring. Wir können einfach sagen, diese Zelle hat folgende Farbe und wir können dann sagen, Nachbarzellen haben folgende Farbe und dadurch können wir auch mal diese ganzen Problematiken reduzieren. Und es gibt einen kleinen Nachteil, wenn wir die Access Points irgendwie ein bisschen tauber machen, schließen wir automatisch ältere Geräte aus, weil die wissen ja nicht, dass der Access Point gar nicht darauf hört. Ist ja gar nicht implementiert worden, sowas. Das könnte zu Problemen führen. Aktuell habe ich da leider keine Daten drüber, wie genau das betroffen ist, aber da werde ich mich in nächster Zeit nochmal mit beschäftigen, weil das da auch noch ein paar sehr interessante Ansätze gibt, inwieweit man Features aus aktuellen, kommenden Standards rückwärts porten kann auf Access Points, die nur ältere Standards unterstützen. die Funktion des DSC-Algorithmus ist einfach, jeder Client misst seine eigene RF-Umgebung und ermittelt den durchschnittlichen RSSI. RSSI ist der Received Signal Strength Indicator. Nur was trinken. Und dieser durchschnittliche RSSI, den er nimmt, daran kann er festlegen, wie weit sind die Stationen, die ich höre, mit denen ich kommunizieren muss, irgendwie entfernt, wie stark kommen deren Signale an, wie taub darf ich werden, um noch alles mitzubekommen, aber wie taub kann ich werden, um möglichst wenig von meinen Nachbarzellen, mit denen ich mich überschneide, mitzubekommen. Und genau daran legt er dann seinen sogenannten Carrier Sense Threshold fest. Und natürlich, das Ding muss regelmäßig updated werden. Weil was ist, wenn wir jetzt irgendwie, wenn der Access Point irgendwie weiter weg ist, weil wir uns bewegen, dann hören wir den ja irgendwann nicht mehr. Beziehungsweise die Höni schon, aber wir ignorieren ihn. Oder es kommen andere Clients hinzu und irgendwie ändert sich die Dynamik im Netzwerk. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch updaten. Aber Hauptproblem, wir erhalten einfach nur durch die reine Anwendung dieses DSC-Algorithmus eine extrem hohe Frame Error Rate und auch eine hohe Anzahl an Hidden Nodes. Für die Leute, die gerne auf bunte Balken und Linien starren, so wie ich das tue, habe ich hier bunte Balken und Linien. Das ist die Verbesserung des Durchsatzes für drei verschiedene Möglichkeiten, diese RSSI zu berechnen und diesen durchschnittlichen RSSI zu berechnen. Und man sieht, dass es schon so Richtung 10 bis fast 14 Prozent mehr Durchsatz ist im WLAN, wenn man einfach nur diesen Algorithmus anwendet. Andererseits haben wir teilweise aber bis zu über 400 Prozent erhöhte Hidden Nodes, die einfach ausgeschlossen werden aus dem WLAN, weil wir sie einfach nicht mehr hören, weil wir sie damit, weil wir damit einfach die Clients, die mit dem Access Point reden, tauber machen und die natürlich dann dadurch die Clients nicht hören, die weiter weg sind. Deswegen gibt es dieses optionale RTS-CTS, was man mit reingenommen hat. Und da kommen jetzt wieder bunte Graphen, weil nichts ist schöner als ein bunter Graph. Das ist einfach die Anzahl der RTS-CTS-Stationen, die sozusagen das benutzen. Man hat sich aus den Gesamtdaten dazu entschieden, dann die Empfehlung zu machen, dass man dieses, ich glaube Delta ist das, von 0,6 benutzt. Und da sind wir schon bei irgendwie 90%, 80, 90% der Stationen, die RTS-CTS benutzen. Das klingt viel, aber es hilft weiter. Wenn wir jetzt nämlich dann hier gucken, wie weit unsere Frame Error Rate runter geht, ist das schon irgendwie nicht wenig. Das ist schon cool. Und wenn wir dann nochmal hingucken, oh, mit 0,6 steigt auch unser Durchsatz. Und das Coole ist, wenn man, was ich sehr, sehr gerne mag am Standard, ich habe übrigens das Paper hier, wenn man jetzt sich das Ganze dann im Standard anguckt, dann stehen da drei Zeilen drin, dass man jetzt in dense environments RTS benutzen soll, damit die Interference-Situation vom Access Point besser eingeschätzt werden kann als von den Clients und somit der Access Point jetzt managen soll, wer wann wie senden darf. Das gab es schon ursprünglich, das nannte sich früher Distributed Point Coordinator Function, Point Coordinator Function heißt einfach nur, man hat in der Mitte einen, der sagt, du darfst jetzt senden, du darfst jetzt senden, du darfst jetzt senden, du darfst jetzt senden. Insgesamt benutzt WLAN normalerweise so eine Distributed Coordination Function, sprich, das ist einfach dynamisch verteilt, jeder sendet, wann er will, sprich, CSMA, ACA, wie wir das bisher kennen. Und jetzt haben die halt gesagt, so, wir geben jetzt die Möglichkeit, zeitlich basiert für einzelne Clients RTS, CTS anzumachen, um halt eben genau diese ganzen Problematiken, die wir mit der Zellgrößenminimierung haben, wieder auszubügeln und das Ganze irgendwie auf einem gesitteten Weg irgendwie effektiver zu machen. So, auch zur Kollisionsvermeidung gibt das Ansätze, weil trotz der Tatsache, dass wir ein bisschen tauber geworden sind, haben wir immer noch viele Leute in unserem Netzwerk. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt und das mal simuliert, sehen wir diesen schönen Graphen. Das Problem ist hier, wenn wir ganz, ganz viele Stations haben, die irgendwie im kurzen Contention-Window ihre Daten versuchen zu übertragen, dann haben wir schon irgendwie so bei 10, 20 Stationen so fast eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent, dass wir Übertragungen haben, die kollidieren. Wenn ihr euch jetzt irgendwie eine Konferenz vorstellt, wo die Leute gerade aus irgendeinem Meeting kommen und alle irgendwie ihr Handy zücken und mit Skype for Business oder irgendwie so was da anfangen zu telefonieren, dann wird das schon recht voll. Und je größer unsere Contention-Windows werden, desto niedriger ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der ganze Kram kollidiert. Und dann ist es halt eben auch noch so halbwegs effizient bei mehr Stationen auf dem Kanal. Die Frage ist, was kann man da irgendwie tun? Wir können ja nicht irgendwie einfach jetzt sagen so, wir machen das Contention-Window einfach dauerhaft länger, weil dann haben wir halt eben auch einen höheren Ping, sag ich mal. Also wir haben halt einfach ein höheres Delay auf unserem Kanal bis zur Übertragung. und jetzt hat man einmal den Ansatz gewählt, man kann eine dynamische Anpassung des Contention-Windows machen. Also sprich, wir nehmen uns einfach erstmal raus, den Clients zu sagen, so hey, unser Netzwerk ist etwas voll, ihr müsst jetzt mal irgendwie ein bisschen länger warten, bis ihr eure Daten loswerden könnt, dass man sozusagen den Clients mitteilt, wir sind voll, jetzt wartet mal ein bisschen. Oder man fängt an, diese Slots, die ich gerade eben hatte, zu modifizieren. Einmal durch die Halbierung der Slot-Time, aber dann trotzdem noch durch die Doppelung der Contention-Window-Werte. Den Vorteil hat das, dass wir es schaffen, dass die Stationen, die sozusagen diese Modifikationen nicht unterstützen, also ältere Clients, dass die trotzdem noch weiter funktionieren können, weil sie halt einfach dann nur die doppelte Slot-Time benutzen, aber es trotzdem noch alles einfach passt. Da ist noch ein schönes Bild dazu. Und wir halt eben einfach trotzdem mehr Möglichkeiten haben, den Stationen die Möglichkeit zu geben, zu senden. Und dadurch können wir halt eben effektiv das Ganze reduzieren, in wie weit das Ganze dann auch besser funktioniert. Leider habe ich dazu jetzt keine schönen bunten Graphen, da muss ich euch enttäuschen. Dafür habe ich jetzt das Schönste für euch. 11ax. Ich habe das Glück gehabt, danke nochmal an den Menschen, der mir nach dem, nach meinem Talk auf dem Kongress die Mail geschickt hat mit dem schönen Draft drin. Das war ein sehr großes Vergnügen, den zu lesen. Damit kommen einige tolle neue Features. Nicht alle sind so cool, deswegen nehme ich jetzt erstmal die kleineren neuen Features. Wir haben eine 1024-QRM-Modulation, sprich, wir kriegen zwei MCS-Werte hinzu in unserem Index und haben halt einfach zwei Bit mehr, die wir optional pro Symbol übertragen können. Wir kriegen wieder Dual-Band-Support, 11ax wird endlich auch wieder 2,4 GHz unterstützen. Ja, 5 GHz ist schöner, wenn man mehr Kanäle hat, aber 11ax, ganz ausgenommen alleine, ohne den restlichen anderen blöden Kram, wird auch auf 2,4 GHz einiges an Effizienz mitbringen, einfach nur durch die ganzen Features, die es dann mitbringen wird und durch die Möglichkeiten, die man dort hat. Wir werden endlich 20 MHz Kanäle nutzen können und auch nur 20 MHz Kanäle für manche Clients. Also genauer gesagt, mit 11ac musste jedes Client-Device 20, 40 und 80 MHz Kanäle unterstützen. Das Problem für viele IoT-Hersteller oder irgendwelche Chipsets-Hersteller war, dass sie Chipsets bauen mussten, die einmal Dual-Band-fähig sind und dadurch auch noch 80 MHz Kanäle unterstützen. Das Ganze frisst super viel, ist super aufwendig irgendwie zu bauen, weil man muss auch die Filter entsprechend dann noch anpassen. man hat dann natürlich auch irgendwie einen höheren Stromverbrauch, weil man ja irgendwie auch breitere Kanäle hat und jetzt hat man gesagt, okay, wir haben einfach nicht gesehen, dass 11ac von den Herstellern angenommen wurde. Wir sagen jetzt, man muss keine 80 MHz Kanäle mehr unterstützen, man braucht nur noch die 20 MHz Kanäle und dadurch will man sozusagen den ganzen Herstellern von Chipsetzen, die wirklich an einem richtig Low-Level ansetzen, ein bisschen unter die Arme greifen, so, ihr könnt das, ihr schafft das. Deswegen auch wieder 2,4 GHz Fähigkeit, es ist nicht spezifiziert, dass die Geräte beides können müssen, es reicht, wenn sie sozusagen 2,4 GHz machen, dann muss man auch nicht seinen ganzen Chipsatz irgendwie auf eine ganz andere Frequenz neu designen, sondern man kann das auch einfach so lassen, so, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann bald mal einen ESP gibt, der effektiver ist als das jetzige Ding. Heißt das, die 40 und 80 MHz Kanäle fallen weg? Die 40 und 80 MHz Kanäle fallen nicht weg, sie sind weiterhin verfügbar, also auf 5 GHz und auf 2,4 GHz auch, aber sie sind nicht mehr verpflichtend, sozusagen, die Endgeräte müssen es nicht mehr unterstützen, sozusagen, aber es wird trotzdem empfohlen. Das einzige, also was ich hoffe, ist, dass es nicht so passiert, wie es normalerweise mit optionalen Sachen im Standard passiert, wenn etwas in einem Standard optional ist, dann wird es einfach nicht implementiert, dann ist es tot, Punkt, weil, ist ja optional, müssen wir nicht implementieren, kostet uns irgendwie Arbeit und Zeit. Deswegen hoffe ich, dass es da nicht irgendwie zu Implementationen kommen wird, die großflächig nur 20 MHz Kanäle einsetzen, zumal die Hersteller einfach irgendwie zu geil sind, mit irgendwie 5 Gigabit Datendurchsatz auf WLAN zu werben, was utopisch ist und dazu brauchen sie halt auch diese breiten Kanäle. Das heißt, die Marketinggeilheit der Hersteller teilweise wird uns da helfen, dass das nicht passieren wird, dass die irgendwie schmalere Kanäle nur noch verkaufen. Und Uplink-Multi-User-MIMO, weil wir hatten ja bisher nur Downlink-Multi-User-MIMO und jetzt hat man gemerkt, wir könnten das ja auch nochmal im Uplink machen. Es war ursprünglich auch für 11AC geplant, allerdings waren die technischen Details noch nicht so ganz klar, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir es implementiert, sind wir überhaupt dazu jetzt schon fähig, das vernünftig zu bauen. Naja, ja, sind wir, weil wir machen jetzt erstmal statt vier, acht Multi-User-MIMO-Devices, weil man hat gemerkt, viele Hersteller lassen ihre ganzen Geräte einfach nur mit vier Streams senden, mit einem Stream senden, wenn sie Multi-User-MIMO machen. Aber wenn wir einen acht Stream-Access-Point haben und die Geräte nur mit einem Stream senden, alle, aber maximal vier Geräte zugelassen sind, haben wir vier Antennen oder vier Streams, die komplett unbenutzt sind. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, acht Geräte dort zu unterstützen, einfach um das Ganze nochmal anzutreiben und diese Übertragung effektiver zu machen und auch wirklich das volle Potenzial des Standards auszureizen. Da hinten war eine Frage. Multi-User-MIMO bedeutet einfach, dass du parallel auf exakt dem gleichen Kanal an mehrere Clients Daten aussendest. Du hast sozusagen vier Antennen oder acht Antennen und MIMO wäre einfach, dass du zu einem einzigen Client auf jede Antenne andere Daten, aber auf der gleichen Frequenz sendest. Und einfach nur durch den räumlichen Unterschied der Antennen kann der Client diese vier Streams wieder auseinander bauen und wieder dekodieren und vernünftig zusammensetzen. Und ja, warum sollte man das nur für einen Client machen? Man kann auch sagen, man nimmt jetzt zwei Streams an den Client, einen Stream an den Client und einen Stream an den Client. Und Multi-User-MIMO ist dann genau das. Er gibt halt eben nicht alle Streams an einen Client, sondern verschiedene Clients kriegen verschiedene Streams sozusagen zugeteilt und wir können dann parallel Daten an mehrere Clients übertragen. Bisher ging das immer nur vom Access-Point zu den Clients, aber jetzt geht es auch andersrum und der Access-Point muss das koordinieren. Und ja, das kam jetzt halt eben noch einfach dazu. So, Uplink-Multi-User-MIMO, genau. Und das ist nämlich normales MIMO und das ist Uplink-Multi-User-MIMO. Fällt euch was auf? Ist irgendwie das Gleiche, ne? Die mathematischen Formeln für beides sind exakt das Gleiche. Und das ist denen dann auch aufgefallen, so, oh, ist ja doch nicht so kompliziert. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, ja gut, machen wir mal. Machen wir ab, ein kleiner Exkurs. Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Auch schon mal jemand gehört? Ja, ein bisschen weniger. Wenn wir Wellen haben, die so, das ist jetzt einfach die Frequenz, einfach ein Frequenzplot sozusagen über das Band rüber. Wir haben mehrere Träger, die einfach einen gewissen Frequenzunterschied haben, die parallel sind. Natürlich löschen die sich irgendwie gegenseitig aus und es gibt kleine Interferenzen. Aber im Endeffekt haben wir die Möglichkeit, mehrere Träger parallel zu haben und dadurch irgendwie unseren Frequenzbereich, den wir haben, effektiver auszunutzen. Wenn wir also einen 20-Megahertz-Kanal haben, warum sollten wir eine Übertragung haben, die 20-Megahertz-breit ist? Wenn wir ganz, 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 ganz viele Übertragungen haben könnten, die alle irgendwie nur 300 Kilohertz-breit sind, die alle ganz, ganz eng nebeneinander stecken. Und genau das macht man schon jetzt seit ziemlich lange im WLAN. Man nimmt sich einfach diesen Kanal, und drückt da ganz, 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 ganz viele kleine Subträger rein. Das ist wichtig, weil jetzt kommt meine Lieblingssache an dem neuen Standard, ich liebe sie total, UFDMA. UFDMA ist genau das Gleiche, nur in anders. Orthogonal Frequency Division Multiple Assess. Wir nehmen einfach das Spektrum und zerhackstückeln es so. Und zwar assignen wir einfach einzelne Subträgergruppen an einzelne Clients. Wir sagen sozusagen, diese fünf Subträger gehen zu dem, die 20 gehen dahin und das geht dahin. Und das heißt, wir können parallel mit diesen Subträgern, die wir haben, an mehrere Clients senden. Und das Ganze geht halt eben nochmal ein bisschen weiter. Also das ist einmal jetzt so für drei Stations, der Vergleich von UFDM zu UFDMA. Einfach die Zeit sozusagen, die es braucht, um die gleichen Daten zu senden. Weil wir einfach parallel an drei Stations sozusagen die Sachen senden können. Natürlich senden, sind die einzelnen Pakete kürzer bei UFDM und länger bei UFDMA von der Sendezeit her natürlich. Aber das, wenn wir sie einfach parallel übertragen, so haben wir irgendwie trotzdem mehr Gewinn. Und genau das ist das, was jetzt UFDMA so effektiv macht. Und ich wette, ungefähr 80% von euch haben ein Gerät, was UFDMA bereits kann. Jemand eine Idee? Richtig, LTE. LTE macht bereits UFDMA, deswegen funktioniert das auch so gut meistens, wenn die Telekom die Masken hingestellt hat. So. So sieht UFDMA aus auf einem 40-Megahans-Kanal. Also wir haben diese sogenannten, also diese kleinen Kästchen, das sind sogenannte Resource Units. Zu diesen Resource Units, die kann man beliebig aufteilen. Man kann das einfach beliebig verhackstöckeln. Man kann einfach sagen, so wir machen eine Resource Unit mit 242 Tönen und dann die restlichen machen wir mit 26 Tönen, einfach voll. Und eine von diesen oberen 26 Ton Resource Units hat ungefähr eine Kanalbreite von circa 2 MHz. Das heißt, wir nehmen unseren 40 MHz Kanal und kriegen es hin, 37 Resource Units darunter zu stückeln. also das passt gerade, glaube ich, nicht. Ach ja, es ist ein 80-Megahans-Kanal irgendwie. Entschuldigung. Oder die Daten, die ich hier stehen habe, sind für 80 und 45. Egal. Leichte Verwirrung. 37 Resource Units kriegen wir dort maximal sozusagen untergebracht, die wir parallel versorgen können. Das heißt, wir können parallel 37 Clients auf einem 2 MHz breiten Kanal Daten senden. Das heißt, wenn wir extrem viele IoT-Devices haben, die einfach nur ganz, ganz, ganz wenig Daten wollen, dann kriegen die alle, mal eben schnell, klickt mit einer kurzen Übertragung, alle ihre Daten, anstatt, dass wir 37 Mal hintereinander irgendwie die Daten senden müssen. Das macht es super effektiv. Wir können dann 2 MHz Kanäle, also 2 MHz breite Resource Units nehmen, dann die 52 Ton Resource Units sind 4 MHz, 106 8 MHz, 242 20 MHz und dann kommen noch welche mit 40 MHz. So. Das können wir beliebig aufteilen. Aber das richtig, richtig coole ist, wenn wir jetzt einen Client haben, der MCS 0 benutzt, also die niedrigste Modulationsart mit dem größten Overhead zur Bit-Sicherung in einem 26 Ton, in einer 26 Ton Resource Unit mit nur einem einzigen Stream hat er eine Übertragungsrate von 0,375 Mbit. Und das reicht eigentlich, um jedem von euch zu sagen, hey, das Gulasch ist fertig. Also, es wäre sehr, sehr schön, wenn das jetzt schon draußen wäre. Weil das wird es so effektiv machen. Und wie effektiv das ist, ich habe wieder bunte Linien. Das ist die echte Linie mit der OFDMA sozusagen, also, das ist einer der Graphen aus der Präsentation mit der OFDMA in die Task Group, die den 11AX Standard, also 11AX Draft jetzt geschrieben hat, sozusagen eingereicht wurde. Wir sehen unten einfach die Linie mit einem durchschnittlichen OFDM-Durchsatz, dann so der beste Client kommt halt eben ein bisschen besser, aber der Gesamtdurchsatz mit OFDMA, das geht einfach durch die Decke, sozusagen. Und das Ganze macht das irgendwie natürlich nochmal schöner. So, wenn wir jetzt irgendwie das Ganze schon angehen, dann kann man es auch irgendwie noch cooler machen. Wie kriegen wir noch mehr Effizienz aus unserem Spektrum, weil wir haben ja schon die ganzen Subträger nebeneinander. Naja, wir nehmen ein sogenanntes Long-OFDM-Symbol. Das bedeutet einfach nur, wir haben ein bisheriges Spacing zwischen diesen ganzen Subträgern von unserem OFDM von 312,5 Kilohertz zwischen diesen einzelnen Trägern. Naja, warum machen wir es nicht kleiner? So, auf 78,125. Das einzige Problem, was wir dabei haben, dass wir so dicht beieinander sind, macht es natürlich schwieriger, diese ganzen Subträger wieder zu dekodieren und auseinander zu halten. Deswegen hat man einfach gesagt, wir senden einfach jedes Symbol anstatt 4 Mikrosekunden 15 Mikrosekunden lang. Gut, das ist irgendwie zwar irgendwie so Faktor 3 knapp, aber einfach dadurch, dass wir es so viel kleiner und schmaler sozusagen so dicht weiter zusammensetzen, wird das Ganze einfach effektiver und wir haben einfach eine effizientere Ausnutzung des Spektrums, was uns halt eben auch genau bei OFDMA dann wieder diesen Vorteil bringt, dass wir wieder sozusagen mehr Resource-Units insgesamt assignen können, weil OFDMA halt eben genau dieses Long OFDM Symbol sich zu Nutzen macht, dass wir halt eben möglichst das vernünftig zusammengebaut kriegen. Deswegen einfach mehr Subträger gleichen natürlich mehr in eine höhere spektrale Effizienz. Bis zu 25%. Das klingt cool, wirkt sich allerdings nicht direkt auf den Datendurchsatz aus, sondern einfach nur, dass es halt effektiver wird. Wer das genau nachrechnen möchte, es gibt da glaube ich bei uns eine Vorlesung Nachrichtentechnik, da kommt sowas drin vor, aber die Mathematik dazu ist es nicht so spaßig. BSS Coloring ist die Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, wir haben das Problem, unsere Zellen sind einfach zu dicht beieinander. Wir haben hier Zellen und alle Zellen mit der gleichen Zahl senden auf den gleichen Kanal. Das nervt irgendwie. Wie kriegen wir das effizienter hin? Ja, wir haben schon irgendwie angefangen den ganzen Kram, die Zellen kleiner zu machen, indem wir unsere Access Points tauber machen. Wir haben es optimiert, wer wann sendet. Aber wenn es trotzdem immer noch Probleme gibt, den ganzen Kram zu versorgen, dann gibt es BSS Coloring. Wir sagen einfach, wir geben jedem Kanal noch eine zusätzliche Farbe. Das wird sich einfach als Faktor auswirken. Aber dadurch haben wir einen zweiten Index für den Kanal. Weil dann müssen die Access Points hören dann, okay, da ist irgendwie ein 802.11 Signal, aber das gehört ja gar nicht zu meiner Farbe hinzu und insomit können sie es einfach komplett ignorieren. Dadurch können wir diese ganzen Zellen, die auf dem gleichen Kanal sind, einfach weiter auseinander ziehen, weil wir sie einfach verschieden einfärben. Und das ist etwas, was das Ganze effektiver macht und was es irgendwie natürlich auch schöner macht. So, 802.11 AX, wann? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe ja irgendwie schon meinen kleinen Stapel Papier hier und erliest sich auch sehr schön. Allerdings dauert das noch etwas. Die ersten Geräte erwarten uns im März 2018. Habe ich zumindest die Ankündigung von ein paar WLAN-Herstellern bekommen, dass die dann ihre Geräte entsprechend rausbringen werden, dass sie dann verfügbar sein werden. Die ersten Chipsätze, die 11AX unterstützen, werden jetzt im Spätsommer erwartet. Da sind die beiden großen Hersteller natürlich immer bei, Qualcomm und Broadcom hinterher zu arbeiten. Aber der eigentliche Standard wird erst im Juli 2019 rauskommen. Das Ganze liegt daran, dass die Hersteller, also ein paar Hersteller, diesen Draft in dieser Taskgroup der IEEE blockiert haben. Das ist einfach blöd und das ist dann halt passiert. Die Frage ist jetzt, warum kommen die Geräte im März 2018 raus, der Standard erst über ein Jahr später? Da sind wir wieder an dem Punkt, der Markt zieht sozusagen das, was gebaut wird, weil die Hersteller alle sagen, wir wollen noch früher, noch früher, noch früher, noch früher sein. Und irgendwann hat dann die Wi-Fi Alliance gesagt, die Wi-Fi Alliance ist übrigens die Gruppe, die sozusagen die Zertifizierungen für das WLAN macht. Also wir haben einmal die IEEE, die macht den Standard und die und die haben jetzt einfach eine weitere Standardisierung, also Zertifizierung vorgezogen und gesagt, okay, die basiert dann halt auf Draft 1.0 und Hersteller achtete darauf, dass ihr Inkompatibilitäten vermeidet. Das einzig Coole ist, dass genau die jetzt diese vorgezogene Zertifizierung für die Geräte bereits Uplink und Downlink OFDMA unterstützt. Das heißt, von ganz am Anfang an können alle AX-Geräte OFDMA und das ist richtig, richtig cool und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber warum haben die Hersteller das blockiert? Weil OFDMA ist technisch natürlich schon nicht so ganz ohne. Ist aufwendig. Angeblich zu kompliziert. Alle eure Handys haben das und machen es im LTE. So kompliziert kann es echt nicht sein. Qualcomm und Broadcom haben halt die Chipsätze. Das sind halt die großen. Die haben halt gesagt, ja, wir können das. Ja, haben dann gesagt, ja, finden wir es doof. Aber ganz im Ernst, ist das nicht fehlende Manpower in der Entwicklungsabteilung? Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt noch sehr gespannt, was uns da kommt, inwieweit dieser Standard irgendwie adaptiert wird von den ganzen Geräten, inwieweit das effizient ist, was dann die tatsächlichen Daten aus der Realität sagen, weil man sogar zu 11AC bisher, obwohl das jetzt irgendwie schon seit drei, vier Jahren da ist, noch keine richtigen Daten hat, wie effizient das wirklich ist. Da bin ich auch gerade hinterher was Schönes zu finden. Aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Tolles, was da auf uns zukommt und ich freue sagen, du hast ja von längeren Symbol da gesprochen, wie sich das auf den Energieverbrauch aus? Natürlich wirkt sich das irgendwie darauf aus, dass die länger senden müssen, das ist natürlich in gewissem Rahmen ein gewisser Nachteil, allerdings wenn sie jetzt einfach ein langes Symbol senden oder viele kurze Symbole, müssen sie jedes Mal neu auftasten, was ja auch irgendwie einen gewissen Energieverbrauch beinhaltet. Im es tut sozusagen, also das ist auf jeden Fall nicht das, wo Energie gespart wird. Also mit 11AX kommen einige Energiesparmaßnahmen, die mit 11AH schon implementiert wurden. 11AH ist übrigens ein Standard, der dafür gedacht war, um IoT-Geräte anzubinden. Macht irgendwie kein Gerät, leider. Und da gab es schon ein paar Sachen, die wirklich darauf ausgelegt waren, Energie zu sparen, aber an dem Punkt hat man halt eben gesagt, das macht uns fast nichts, ist uns jetzt egal. Ich habe noch eine Frage zum BSS-Coloring. Wie wird das denn umgesetzt? Ist das in der Übertragung der Information oder ist es wirklich physikalisch durch die Frequenzbereiche? Nee, die Frequenzbereiche der entsprechenden Zellen, die auf dem gleichen Kanal sind, sind natürlich die gleichen, weil gleicher Kanal. Das wird dann einfach in den ganzen Frameheadern eingebaut. Man hat natürlich immer in irgendwelchen Frameheadern Felder freigelassen, so for future use und genau da drückt man das dann wahrscheinlich rein. Ich habe das noch nicht ganz genau nachgeschlagen. Ja, danke für deinen Vortrag. Wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass Geräte, die jetzt zum Beispiel Anfang 2018 kommen, dann inkompatibel werden mit dem, was dann letztendlich im finalen Standard drinsteht? Das Ganze hatten wir natürlich schon mit 11n und mit 11ac. Also 11n ist es weniger ganz offen in Wellen ausgerollt, so mit Wave 1 und Wave 2. Da hat man natürlich drauf geachtet und auch schon im Standard festgeschrieben, dass diese Kompatibilitäten gegeben sein müssen. Aktuell sehe ich es nicht, dass dort Inkompatibilitäten auftreten, wenn sind sie so minimal, dass sie keine Störungen verursachen, weil halt die Wifi-Aliance genau mit ihren Zertifizierungen darauf achtet, inwieweit es da auch zu Störungen kommt und dann dementsprechend die Zertifizierung anpasst. Das sollte irgendwelche genaueren Kleinigkeiten, wo die sich jetzt noch zanken, was halt eben so ein bisschen noch dauert. Was ist eigentlich dieses RTS-CTS, was du ungefähr 20 Mal erwähnt hast? Entschuldigung. RTS-CTS steht einfach für Ready to Send, Clear to Send. Der Access Point oder die zu sendende Station sagt halt irgendwie so, ich möchte senden und sagt Ready to Send und die empfangende Station sagt dann Clear to Send sozusagen so, ich möchte senden, ja, du darfst jetzt senden und in diesem RTS-Frame und in dem Clear to Send Frame ist genau festgelegt, für welche Zeit sozusagen der Kanal registriert wird. Die anderen Access Points hören das und wissen, okay, der Kanal ist jetzt für so und so lange belegt und ich muss mein Contention Window auch so lange halten, auch wenn ich die Station nicht hören kann, die das sozusagen angekündigt hat, weil der Access Point hat ja gesagt, okay, du darfst senden und der wird ja schon wissen, was hier richtig ist auf seinem Kanal und dann wird das ja schon richtig sein. Das ist genau das, dass er das dann optimiert. Da hinten ist eine Frage. Die Frage war, ob man mit Ready-to-Send, Clear-to-Send erfolgreich WLANs lahmlegen kann. Ja und nein. Man kann jetzt schon sehr erfolgreich WLANs mit De-Authentication Frames lahmlegen und mit Ready-to-Send, Clear-to-Send Frames natürlich auch. Das Problem ist, also es gibt Sicherungsmechanismen dazu. 802.11.W war ein Amendment dafür, dass die Signierung oder Verschlüsselung von den Management-Frames vorschreibt. Das Problem ist, fast keiner hat das irgendwie implementiert und theoretisch vom Standard ist es vorgesehen und sollte gemacht werden, aber macht keiner. Und für RTS-CTS-Pakete sollte man halt eben schon, obwohl, nee, das geht auch mit De-Authentication Frames, man muss nicht unbedingt WLAN drin sein, ja klar. Also, ist super Ansatz für einen DOS. Aber die Authentication Frames sind da einfacher, da gibt es weitere Python-Skripte auf GitHub. Ja? Wenn ich ein 20 Megahertz Only-Gerät in meinem Netzwerk dann habe, kann ich dann die mittleren 20 Megahertz des OFDMA-Symbols für Broadcast benutzen und den Rest dann weiterhin für die Geräte, die es unterstützen? Nein, weil das wird mit den 20 Megahertz-Kanälen so sein, dass die das so machen, dass die sozusagen, wenn man einen 40 Megahertz-Kanal benutzt, aber dann ein Gerät für 20 Megahertz ist, dann gibt es immer einen primären und einen sekundären Kanal, auf dem sozusagen gesendet wird, weil der 40 Megahertz-Kanal einfach in primären und sekundären 20 Megahertz-Kanal unterteilt wird und dann wird einfach nur kurz für dieses Gerät auf den primären Kanal gesendet und dann wieder auf den sekundären Kanälen. Da die Geräte allerdings OFDMA unterstützen, wird das wahrscheinlich dann auch eventuell darauf hinauslaufen, dass dann halt eben genau mein maximal 20 Megahertz-Breite Resource-Unit assigned wird und die anderen irgendwie dafür benutzt werden, aber für sozusagen ohne OFDMA für einzelne Clients wird das dann halt eben auf den primären und sekundären Kanal und die kurzzeitige Eingrenzung der Übertragung hinauslaufen. Meinst du, dass 802.11ax auch Vorteile für WLAN-Mesh-Netzwerke bieten wird? Das ist eine sehr gute Frage. WLAN-Mesh-Netzwerke sind ja irgendwie so mein persönliches Man kann es schön bauen, man kann es unschön bauen. Das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich, weil an sich für die Übertragung wird es natürlich effizienter, aber das Problem der Mesh-Netzwerke ist ja natürlich, man muss es irgendwie auch an alle wieder raussenden und das heißt, das Prinzip des Meshs ist ja schon irgendwie das, was es langsam macht und nicht der Standard, der dort benutzt wird. Also leider haben sie es nicht mit reingenommen, technisch ist es möglich und es war auch kurz eine Überlegung, dass man sozusagen paralleles Senden und Empfangen gleichzeitig mit dem gleichen Radio macht, das geht. Hat man überlegt, hat man rausgelassen, das hätte geholfen bei Mesh-Netzwerken, aber ich glaube nicht, dass es eine Effizienz irgendwie bringen wird für Mesh-Netzwerke so speziell, dass die jetzt deutlich effizienter werden, sondern es wird einfach das gesamte WLAN effizienter und Mesh-Netzwerke haben halt eben weiterhin ihre Probleme, die sie eh schon haben. Danke für deinen Vortrag, sehr cool. Gefühlt kaufen ja die ganzen IoT-Hersteller immer so die alten Chips auf. Also ich meine, als AC rauskam, gab es dann irgendwie einen Haufen Devices, die plötzlich noch die alten G-Chips benutzt haben, einfach weil sie gerade super billig waren. Hältst du es für realistisch, dass wir von den AX-Neuerungen viel merken, in den ersten eineinhalb Jahren, nachdem es rausgekommen ist, wegen dieser ganzen Altlast, die heute noch im Laden rumschwirren, ohne dass wir jetzt alle zwingen, sich neue Clients zu besorgen? Das Interessante an diesen ganzen WLAN-Devices ist, dass die Standards wirklich erst zum Tragen kommen, wenn es gebraucht wird. Die Hersteller werden jetzt alle Anfang 2018 ihre 11 AX-Excess Points rauskloppen, aber welches Gerät wird das dann unterstützen? Das wird erst zum Tragen kommen, wenn irgendwie Apple dann ein iPhone raushaut, was 11 AX kann, oder Samsung das nächste Galaxy rauskloppt, was 11 AX kann. Erst dann wird es wirklich losgehen auf dem Markt, dass alle hinterherziehen und ihre Geräte raushauen. Das sind halt eben leider die beiden, wenn einer von diesen beiden herstellen, was rauskloppt, was 11 AX kann, dann geht es los. Dann verbreitet sich das, dann wird es sich erst richtig verbreiten. Ob wir die Features merken werden bei IoT-Devices, weiß ich nicht. Prinzipiell sind ja Hersteller, die billig produzieren wollen, auch meistens etwas faul und machen sich weniger Arbeit. Und es ist super aufwendig, einen komplett neuen Chipsatz zu entwickeln. Aber einfach in der Hoffnung, dass sie 2,4 Gigahertz-Devices bauen, die nur 20 Megahertz unterstützen oder bauen dürfen, die kompatibel sind, habe ich die Hoffnung, dass sich zum Beispiel der Hersteller, der den ESP gebaut hat, einfach mal aufraffen wird und das optimieren wird, einfach für eine bessere Effizienz und einfach, dass es schöner wird. Ja? Ja, ein bisschen in den gleichen Zug. Ich schleppe jetzt ein Laptop rum, das fünf Jahre alt ist und das werde ich wahrscheinlich in zwei Jahren auch noch rumschleppen. Also wenn ich dann ein 2,4 Gigahertz N-Radio habe, wie sehr verbocke ich es dann für den Rest der Saal? Es geht, es hält sich in Grenzen. Also natürlich sind solche Mischkalkulationen immer schwierig, inwieweit jetzt wirklich der neue Standard schon gegriffen hat, welche Effizienz das mit sich bringt, aber du wirst es nicht zu sehr verbocken, sagen wir es so. Also Inkompatibilitäten wird es sowieso nicht geben, außer ich nehme dir die Datenraten einfach weg, so wie ich das jetzt schon mit 11b-Devices mache, aber so richtig drauf auswirken, tut sich das nicht, weil du hast ja noch andere Geräte, die 11n machen, du hast andere Geräte, die 11ac machen und du bräuchst es halt irgendwie, wenn du das einzige N-Gerät in einem riesigen 11ax-Netzwerk bist, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ja dann, ach Gott, hier ein bisschen verkackst du es halt, aber das merkst du dann halt, wenn die Leute dich dann mit Schuhen werfen, aber dann passiert. Eine kurze Frage, wie sieht es denn aus dann mit Linux-Treibern oder mit Open-Source-Treibern, ist da von den Herstellern irgendeine Unterstützung zu erwarten oder zu erhoffen und Zertifizierung, müssen dann diese Treiber zertifiziert sein, damit man sie nutzen darf? Ich weiß jetzt nicht, ob du da irgendwie was sagen kannst, aber ja, das geht ja immer aktuell immer wieder durch Heise so und die Lieblingsüberschrift ist ja, oh mein Gott, Hilfe, das Ende von Freifunk, wenn es darum geht, Zertifizierung von WLAN-Devices, die irgendwie compliant zu irgendwelchen FCC-Rules sind oder zu irgendwie europäischen Normen oder sowas, das sind die ganzen Open-Source-Sachen alle nicht. Open-WRT darf theoretisch nicht wirklich so betrieben werden, wenn sie einen eigenen Treiber benutzen. Open-WRT macht auf 5 Gigahertz DFS, das funktioniert auch, aber es ist nicht lizenziert und zertifiziert und ist somit theoretisch, ist die Aussendung mit Open-WRT auf 5 Gigahertz illegal. Auch bei Linux-Treibern ist das nicht alles zertifiziert, weil man muss mit jedem Gerät, für das man den Treiber schreibt, für jede mögliche Hardware, für die man die Software schreibt, muss man in den Lab gehen und das alles überprüfen etc. bla bla bla. Die Hersteller werden da wahrscheinlich nicht viel tun, aber die Leute werden halt einfach die Treiber schreiben, sie werden es implementieren. Es wird nicht zertifiziert sein, aber es wird funktionieren, weil Open-Source-Community halt irgendwie sinnvollen Kram baut. Weil da kann man halt eben auch hingehen und sagen, hey, du hast da Scheiße gebaut. Versucht mal irgendwie bei Intel jemanden ranzukriegen, der euch einen Treiber fixt. Nach 5 Stunden mit dem Microsoft-Support seid ihr dann irgendwann hier und dann müsst ihr noch bei Intel euch durch den First-Level-Support im Chat prügeln, bis ihr mal jemanden am Telefon habt und ihr kriegt keiner ans Telefon. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Anfang deinem Vortrag. Ja. Und du hast ja von dem ganzen Multicast und Broadcast-Traffic erzählt. Genau. Warum ist es überhaupt im Uni-Netzwerk? MDNS ist ja überhaupt nicht für große Netzwerke gemacht worden. Also warum ist es überhaupt da? Wer benutzt es? Naja, du kommst von zu Hause, hattest da irgendwie dein Laptop, hast irgendwie schön über deine Anlage Musik gestreamt, weil sich das automatisch über das WLAN verbindet. Du hast mal eben schnell über deinen Netzwerkdrucker ausgedruckt und diese ganzen Dienste laufen halt einfach und den Diensten an sich auf den oberen Layern ist es egal, mit welchem Netzwerk, Entschuldigung, du verbunden bist, weil die laufen halt einfach und schmeißen es irgendwie da raus. Kann man das nicht unterdrücken, alles was auf diese Multicast-Adressen gesendet wird? Ja, das kann man unterdrücken. Es gibt auch Techniken für, wie schon gesagt, wir konvertieren aktuell alles einfach nur zu Unicast. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach alles zu blockieren und einfach die Frames zu droppen. Aber trotzdem hören die Clients halt eben nicht auf, es zu senden. Wie das Handling auf den höheren Layern, dass dann einfach die Dienste erkennen, dass sie nicht im Heimnetzwerk sind und dann einfach aufhören zu senden, das ist nicht irgendwie Aufgabe des WLAN-Standards, weil der halt sich eigentlich nur auf die ersten zwei Layer bezieht. Deswegen ist Multicaster auch nicht so ganz, ja doch, Layer 2 ein bisschen drin. Allerdings bezieht es sich dann, geht es halt eben eher darum, dass man irgendwie Techniken findet, dass die Geräte halt erkennen, okay, dieses Netzwerk sagt mir, ich soll nur Unicast senden und ich konvertiere einfach mal alles in Unicast. Das muss halt irgendwie noch implementiert werden. Hersteller machen das halt eben bisher nur pro peritär und das ist jetzt halt irgendwie das, wo ich irgendwie Leute hinprügeln möchte, dass die anfangen, da mal einen Standard zu schreiben und das irgendwie als vernünftiges Amendment rauszuhauen. Ja, da hätte ich jetzt genau die Frage, die dich dran anschließt. Was ist denn aus dem Amendment 11AA, also Doppel-A geworden? Weil da war ja Groupcast Block Acknowledgement drin, für genau solche Zwecke. Mit dem AA-Amentment habe ich mich noch nicht genau beschäftigt, es gibt halt so viele. Müsste ich mir durchlesen. Lass uns nach dem Talk einfach nochmal zusammensetzen und dann gehen wir da mal zusammen durch und gucken wir das mal an und dann kann ich dir da bestimmt genau was zu sagen. So, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, bedanken wir uns nochmal für den guten Vortrag. Vielen Dank.